Ein Verbündeter wurde getötet. Tja, ich verstehe es auch nicht. Das Problem ist, ich habe 2,5 und dadurch, dass der am Anfang so oft gestorben ist, konnte ich kaum, ähm, farben halt. Weil dann, Jinx, so dermaßen okay war, da hatte ich keine Chance mehr. Könnte ich das vergessen? Ich fahre mich da wieder hoch. Andere schlafen sich hoch, man fahre sich hoch. Einer muss ja, ne? Nein, ich wurde nicht unter einem Bett, ihr Trottel. Nein, ich wurde nicht unter einem Bett, ihr Trottel. Das ist der Wahnsinn, das geht gar nicht. Ein Jei. Keine Chance, Jo. Guck mal, hier. Er tauert auf seiner Lane. Ich taure mit ihm. Äh, trauere mit ihm. Hast mich halt gefressen? Nein, 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 nein. Ihr seid so nästliche Kreaturen. Du bist übrigens Feeder, du wurdest ja als Feeder bezeichnet. Ja, ich bin ja auch Feeder. Zwei, sechs, guck dir das mal an, aber... Ge-ge-gegen die, äh... Du hast hier keine Chance mehr gegen die Leute. Angst vor der Dunkelheit? So schlimm sind sie jetzt eigentlich nicht gefiedelt. Jinx ist gefiedelt, aber der Rest geht. Er war gut Jinx und, äh, Nautilus. Ja, Nautilus. Anstatt das der da weg geht. Anstatt das der da weg geht. Vorsichtig um zu euch. Ich bin hier echt kurz im Explodion, ne? Sehr nice. Wie ich ihn einfach mal gekillt habe. Ihr habt einen Gegner getötet. Für die Dunkelheit. Für die Dunkelheit, alles für die Dunkelheit. Und noch viel mehr. Das alles wird sich ändern, wenn ich ein Shrugard wäre. Die Stimmen sind die Geister. Ich probiere sich alles mit Pilzen zu. Ich glaube die überschätzen sich ein bisschen. Wer? Nur die beiden hier, auf meiner Lane. Die Gegner oder die ist der Ds? Wo, 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 wo? Ich muss back! Schaffe ich ihn nicht mal. Du solltest echt auf die Mitlane kommen jetzt, ne? Das ist gerade am wichtigsten. nicht dass der tower fällt ich habe 1,5 ich werde ihnen in trottel bringen Lalalalalalalalalalalalalalala ein Schuhhugard ist gekommen und ein Lautilus hallo hallo Kinder find me in find me in find me in ich habe schon und ich würde ins back gehen an eurer Stelle genau wegen so was ein Gegner dominiert ein Gegner verfällt in Blutrausch gegnerische Doppeltötung was machen die denn das wäre ja was aber wie ich jetzt Jinx den jetzt noch mit dem Leben geschafft und Doppeltötung hinterlegen vorsichter tower 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 oh mein gott der tower schaffst du es gegen Udi ja er kommt hinten rum er kommt hinten rum so wahrscheinlich noch kein okay jetzt kann ich mir das Höhlenzepter kaufen dann hole ich mir am besten randoni ins Omen bei dem Spiel jetzt eure Stimmen sind die Geistel der Welt ich glaube ich brauche mich brauche noch nicht ich brauche auch zwei Schuhe wir machen uns doch ganz gut oh gott naja ich will das Kurs zu anschauen 2, 6, 5, 11, 14 also ich fresse hier ein nach dem anderen jam 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 ja du aber ich bin hier total abkacken ich komme mal hoch oh Fizz und Jinx Fizz und Jinx Nichts da, baby. Keiner kann es gläten. Oh, der Ringo. So läuft es die ganze Zeit, anstatt dass er jetzt zurückgeht, hampelt er erstmal hier noch nach. Ohne rum. Die haben keine Chance, solange ich hier stehe. Die können hier einfach durchbrennen. Oh, wie ich es wieder gefressen habe. Ich habe Chinks einfach gefressen. Kann ich ja noch was sagen. Und da habe ich den Nils. Oh, 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 das war sie nicht. Schade. Da haben sie mich wirklich erwascht. Das ist bei mir. Das ist bei mir. Warum war ich das bei mir? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Habe ich euch aktive Effekte? Aura. Ich habe zwei Aura-Effekte, das ist okay. Aber mein Farm ist natürlich mega schlecht jetzt, gell? Ich habe gerade noch 72 Farm, das geht gar nicht. Normalerweise hätte ich jetzt schon über 100. So wie ich. Ein Verbildeter wurde getötet. Komm mal, ich komme, ich komme, ich komme. Komm, bist du nicht gerannt? Keine Chance. Äh, Mann, das... Ja. Nichts da hin, nichts da hin. So, nein, ich möchte nicht aufgeben. Ihre Stimmen sind zugewerfen. Ich hasse das, wenn ich zufrieden ins Spiel reingehe. Wir haben hier noch gekillt. Ist das schön. Ich muss auch mal weggehen jetzt. Ich habe kein Feed mehr. Nimm, 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 nimm. Ich werde sie alle fressen. Oh, Vorsicht, unsere Tower. Oh, komm, den Krieg da, oder? Das kann nicht sein, oder? Ich krieg dir den echt durch. Den Tower! Oh mein Gott, das war's für Rangor. Merkst du, dass der... Das ist der Wahnsinn, ey. Wie viel hat man denn mit 13? 2-7 mit Teemo. Oh mein Gott, das ist ein Spiel. Ein Spiel, das seinesgleichen sucht. Gib mir mal ein Feed ab kurz. Nimm, 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 nimm. Einen will ich fressen, einen will ich fressen. Sehr schön, dass du die... ... Botlane da so zubaust. Das gefällt mir. Ja auch. Warte, warte, warte. Warte, warte. Was war das denn jetzt noch? Da ist Mana schon gekommen. Cool. Da freut sich meine 1200 Mana. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Renn, renn, du schaffst das nicht, renn. Oh, da stand noch Jinx. Ach du scheiße, die hab ich jetzt gar nicht gesehen. Die haut auf die drauf wie sonst was. War stand auch Jinx? Fragezeichen. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab gedacht, das sind nur noch die beiden, die da rum eiern. Also wegrennen dann. Der Rangor, der Rangor. Guck dir den Rangor an bitte. Die Frage ist eher, wie können sie... ... die anderen alle sterben. Ähm, naja, die... ... die gehen jetzt auf mich zuerst noch mal los. Mein Feed ist sehr wunderschön klein geworden. Ich hab nur noch Zweier. Ich hab drei jetzt. Ich geh mal in den Jungle rein. Oh, hier, hier, hier. Ich geh mal in den Jungle rein. Hilfe, oh mein Gott, renn. Es wird nichts. Ich krieg dich denn mehr an der Sterben. Ich geh mal in den Jungle rein. Okay. Was ist das hier? Lass mich! Nimm 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 nimm! Keine kann euch leiden! Keine kann euch leiden! Oh mein Gott! Jetzt aber! Wow! Wie ich sie gefressen habe! Sehr schön! Jetzt habe ich fast... Jetzt habe ich ordentlich Rüstung! Hui! Wir rennen aber auch voll rein! Wie gehen wir? Sie kennen da nichts! Sie rennen da einfach rein! Ich bin Level 17 und habe wieder 4 Farmen! Also 4 von den 6! Und jetzt brauche ich als nächstes die Lichtschwerter! Irgendwelche Lichtschwerter! Moment! Und... Fluch des Lichts brauche ich! Mana Lauftempo Fähigkeitsstärke! Ja! Klingt gut! Dann verkaufe ich mal... ...das hier und hole... ...das hier und hole... Boah! Oh! Ritter Kill! Okay! Tch! Da auf die Kylie Case System! So! So jetzt könnte es langsam wieder bergauf gehen! ja die kriegen mich halt echt nicht dauernd gern ich habe so viel power ja ich krieg jetzt langsam endlich mal wieder ein paar minions gekillt das problem ist halt das war echt mega scheiß stark weil der ranger so gestorben ist könnte ich hier kaum kills machen meine fähigkeit wird immer krasser ich habe jetzt 118 angriffsschaden bei einer angriffsgeschwindigkeit von 1,99 nicht gegen keine stärke das wird gleich alles na wie fühlt sich ein kleiner team neben so einem zugart vor allen dingen ist ihm aufgefallen was passiert wenn lulu ihre ulti auf dem schock dann wird er noch mal doppelt so groß wenn lulu ihre ulti auf dem schock an die na da macht sie die viecher größer der baff ziehen gm schmidt spieler ja das ist schon dann noch mal doppelt so groß das heißt er ist ein größer als jeder tower da hat er dann auch noch nicht leben oder ist das einfach nur größer fix technisch nene das gibt leben verteidigung angriff alles gibt das dazu komplett für eine kurze zeit der ranger schützt euch als erstes wieder oh die haben die haben der leute machte mit super mein gott eine lautstärke jetzt kann ja gar nicht sein dass das so laut ist das spiel ja mir hat es auch gerade so ein bisschen die ohren zerhauen sooo na guck mal jetzt mittlerweile habe ich hier eine angriffsgeschwindigkeit von 2,1 machen 141 schaden ja das problem ist ja da will ich keinen turm down gemacht haben das ist schlecht das heißt wir können zwar jetzt momentan uns verteidigen aber wir müssen dann müssten mindestens fünfmal einen turm downhauen bevor wir das spiel gewinnen können also es wird sehr schwer aber das werde ich auch immer veröffentlichen weil es einfach mal eine mega geile runde mit oder was meinst du ja du musst dein ding auf jeden fall ziemlich gut das ist jetzt halt für mich eine eher bescheiden runde auch vielleicht mal fällt dir nochmal vor allem ich freue mich mal wieder viel ja wir müssen dann auf jeden fall irgendwie wenn wir das nächste mal downhauen dann müssen wir auf jeden fall dafür sorgen dass wir danach pushen ich werde gleich zurückrufen ich kann nicht reingehen sooo so komm hier oh mein gott hilfe 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 okay pilze 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 wir müssen die jinks und den master hee focussen jetzt würde ich hier vom nice anrufen jetzt habe ich halt mein ding verbaut oh mein gott Leute, Leute, Leute. Schaffen wir das? Ja genau, hau ihn laut, hau ihn laut. Ja, super. Super. Jetzt den anderen auch noch, komm. Du kriegst den Locker. Oh nein, oh! Jaaaaah! Uncool, echt uncool. Kommt der da echt noch auf die Ecke? Na, ich glaub das war's jetzt. Ja, das wär ich jetzt auf die Zauberhaube gegangen. Naja, das war's meine Lieben. Es war eine ganz lustige Runde mit Schokert. Timo hat jetzt nicht so viel Glück gehabt, aber das kann natürlich auch mal passieren. War halt gut, dass der Rengler so Hardcore gefehlt hat. Kannst du aber kurz gucken, wie viel hatten der jetzt? Rengler hat 2,20. Das ist echt heftig. Na gut, wir sollen uns in der nächsten Runde und vielleicht machen wir auch noch mal eine Schokertrunde, wo wir gewinnen. Aber die werde ich jetzt veröffentlichen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.